Das Handelsblatt Morning Briefing von Teresa Stiens. Gelesen von Irene Baumann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 16. August 2024. Und das sind unsere Themen. Hoffnung oder Enttäuschung? Der Hype um Kamala Harris? Geniestreich oder Selbstmordmission? Ukrainische Truppen in Russland. Visionär oder verrückt? Die KI aus dem Schwarzwald. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Stehen Sie auch vor den wachsenden Herausforderungen der modernen Arbeitswelt? Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Big Data, Fachkräftemangel? Randstadt steht als Partner for Talent an Ihrer Seite. Kompetent, verlässlich und auf Augenhöhe. Randstadt vermittelt Ihnen ExpertInnen, zum Beispiel in IT, Engineering, HR, F&A, Life Science oder Purchasing. Mehr dazu auf randstadt.de. USA Hoffnung ist ein starkes Gefühl und ein hoch ansteckendes. In den USA grassiert es gerade unkontrollierbar im ganzen Land. Auslöser ist die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, die den Greisen Joe Biden ablöste und seitdem die Massen für sich begeistert. Doch Hoffnung kann auch ein sehr trügerisches Gefühl sein. Und nicht selten folgt auf Hoffnung Enttäuschung. Enttäuschung, die umso herber ausfällt, je größer vorher die Euphorie war. Handelsbad Washington-Korrespondentin Annette Meiritz hat zusammen mit meinen Kollegen Moritz Koch und Jens Münchrath einen Blick hinter das Gefühl der Hoffnung geworfen und sich das Phänomen Harris genau angeschaut. Denn abgesehen von der Tatsache, dass sie kein greiser-weißer Mann ist, stellen sich die Fragen, wofür steht Harris eigentlich und wie groß sind ihre Chancen auf den Einzug ins Weiße Haus. Im nationalen Umfragedurchschnitt hat Harris einen hauchdünnen Vorsprung vor Trump, was einem Unentschieden entspricht. Aussagekräftiger sind die Umfragen in den Swing States. Und hier ist der Harris-Aufschwung messbar. Die renommierte US-Wahlforscherin Zylinda Lake sagt dem Handelsblatt, dass Harris es schaffe, die demokratische Basis zu konsolidieren und neu zu mobilisieren, und zwar in wichtigen Zielgruppen wie schwarzen und jungen Wählern. Harris ist auch deshalb in einigen Umfragen an Trump vorbeigezogen, weil sie sich selbst und ihre eigenen Botschaften in den Vordergrund rückt. Der US-Kommentator Ezra Klein hat es passend formuliert, Biden hat Trump vergrößert, Harris verkleinert ihn. Doch es bleibt ein extrem enger Wahlkampf, der in beide Richtungen gehen kann. Und auch das gehört zur Wahrheit. Das in Europa gängige Bild einer stumpfen America-first-Autokratie unter Donald Trump versus einer blühenden, auf internationale Kooperation ausgerichteten Demokratie unter Harris ist zu simpel. Es kann die komplexe amerikanische Realität nicht erfassen. Europa sollte sich also hüten, sich zu sehr von dem Gefühl der Hoffnung anstecken zu lassen, das derzeit über den Atlantik schwappt. Denn selbst bei einem Wahlsieg der Demokraten würde America first gelten. Auch die Biden-Harris-Regierung verfolgt eine Wirtschaftspolitik, die sich zuallererst an Amerikas Eigeninteressen orientiert. Ukraine. Was bezweckt die Ukraine mit der Besetzung russischen Territoriums? Und kann sie den Verlauf des Krieges so zu ihren Gunsten beeinflussen? Zwei wichtige Fragen, die für die Ukraine von existenzieller Bedeutung sind. Der Angriff Kiews habe immense militärische Schwächen des russischen Militärs offenbart, schreibt Handelsblatt-Auslandschefin Nicole Bastian. Die ukrainische Offensive lasse Kreml-Chef Wladimir Putin so schwach erscheinen wie selten. Kiew hat damit ein Ziel erreicht, nämlich die Stimmung in der russischen Bevölkerung zu beeinflussen, indem es den Krieg nach Russland brachte. Nicole Bastian hofft, dass dadurch eine Chance erwachsen könnte, ein Unmut in der russischen Bevölkerung und Elite. Das Momentum ist derzeit auf Seiten Kiews, schreibt sie in ihrem Kommentar. In München wird aufgeatmet. Deutschlands größter Agrar- und Baustoffkonzern, BAIWA, erhält von gläubiger Banken und Hauptaktionären eine kurzfristige Finanzspritze von mehr als einer halben Milliarde Euro. Damit bleibt BAIWA vorerst zahlungsfähig. Doch das Unternehmen hat einige Hausaufgaben zu machen, wie BAIWA-Chef Markus Pöllinger demütig einräumt. Dahinter verbergen sich weitgreifende Restrukturierungsmaßnahmen wie Personalabbau und der Verkauf von Unternehmensteilen. Ein Insider sagt, das wird ein harter Sanierungskurs, es geht ans Eingemachte. BAIWA muss sich wieder stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die Banken wollen regelmäßig überprüfen, ob BAIWA seine Hausaufgaben auch tatsächlich erledigt. Im 14-Tage-Rhythmus soll das Management laut Industriekreisen über die Fortschritte bei der Restrukturierung berichten. KI Im Internet kursieren derzeit Bilder, die den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush dabei zeigen, wie er auf seinem Schreibtisch eine Line Kokain zieht. Es kursieren Bilder von Donald Trump, der mit zwei Revolvern in die Luft schießt. Und es kursieren Bilder von dem Pokémon Pikachu mit einer AK-47. Bei den Bildern handelt es sich nicht um echte Fotos, sondern um Beweise, was passiert, wenn eine Bildgenerierungs-KI vollkommen frei dreht. Die Bilder stammen aus dem Bildgenerator Flux One des Freiburger Start-ups Black Forest Labs. Es arbeitet mit Elon Musks KI-Modell Grog über dessen Plattform X zusammen. Laut eigener Aussage soll die künstliche Intelligenz aus dem Preisgau besser sein als die der Konkurrenten. Sie soll etwa Schriften, Markenlogos und die Anatomie des Menschen genau darstellen können. Viel deutet darauf hin, dass dieser Vorteil auch daher rührt, dass Flux One sehr viel mehr erlaubt wird als anderen Bildgeneratoren. Im Gegensatz zu konkurrierenden Anbietern wie Dolly oder Midjourney scheint Flux One das Erstellen von Bildern von realen Personen und Gewalttaten nicht zu verbieten. So genießen Nutzer sehr viel mehr Freiheiten. Vielleicht sind es zu viele. Zum Abschluss bleiben wir noch kurz bei den erstaunlichen Auswüchsen künstlicher Intelligenz. Das Textmodell ChatGPT scheint des Öfteren verwirrt zu sein, wenn es über die Audio-Funktion kommunizieren soll. Die Financial Times berichtet, dass Nutzern, die auf Englisch mit ihm sprachen, auf Balisisch geantwortet wurde. Falls Sie sich fragen, wo der Unterschied liegt, nur so viel, Balisisch ist für Englisch sprechende Menschen vollkommen unverständlich. Ein ähnlicher Fehler war bereits im Februar aufgetreten, als ChatGPT plötzlich Spenglisch, eine Mischung aus Spanisch und Englisch sprach. Wie so oft liegt der Fehler in den Trainingsdaten. Bei denen wurde wohl Englisch fälschlicherweise als Balisisch markiert. Ich habe großes Mitgefühl mit ChatGPT. Mir ist es schon oft genug passiert, dass ich in Frankreich mit Menschen Spanisch und in Spanien mit Menschen Französisch gesprochen habe. Balisisch ist mir aber bisher noch nicht herausgerutscht. An dieser Stelle möchte ich Ihnen aber ein fröhliches Wie ses Igen zurufen. Das ist wohl Dänisch und bedeutet so viel wie Bis bald mal wieder. Ich verabschiede mich in den Sommerurlaub nach Skandinavien und übergebe den Staffelstab wieder an meinen Kollegen Christian Rickens. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie immer die richtigen Worte finden. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Teresa Stienz. PS, für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht nur ein paar Wochen, sondern ein ganzes Jahr lang vollen Zugriff auf unsere kompletten Handelsblatt-Inhalte genießen möchten, ist die Zeit günstig. Nur jetzt erhalten Sie das Handelsblatt gedruckt oder digital zwölf Monate mit 50% Rabatt. Wer also alles wissen, aber nur die Hälfte zahlen will, sollte sich schnell unter handelsblatt.com slash Rabatt sein Vorteilsabo sichern. Wir alle schätzen echtes Handwerk. Das gilt im Kleinen wie bei der Zubereitung des perfekten Cafés und im Großen wie beim Investieren oder Anlegen. Bei UBS haben wir Banking zu unserem Handwerk gemacht. Ob in der Vermögensverwaltung, im Investmentbanking oder im Asset Management. Wir integrieren ständig neue Technologien, innovative Ansätze, sorgfältigste Recherchen und die besten Insights unserer Experten. Das bedeutet Banking für uns. Nicht nur Arbeit, sondern echtes Handwerk. Erfahren Sie mehr auf ubs.com slash craft.